Yo liebe Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein Wolfenstein, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben Und machen natürlich jetzt auch weiter, Moment, Moment Ist irgendwie... Controller ist wieder am sweaten, egal Passt schon Ähm, ja warte mal, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Was haben wir denn als letztes Mal? Ach, hier ist schon wieder so ein Schlafplatz Stimmt, ja, die Nazi-Zombies sind ausgebrochen Stimmt, stimmt, stimmt Eieieiei, wie kann man das übersehen? Den Jump mach ich Yes Und ja, ey, ohne Scheiß Leute Ich muss ganz ehrlich sagen, hier auch mal an dieser Stelle Ähm, ich muss gestehen Ich muss sagen, mir macht das Spiel echt wieder richtig Bock Die da oben, ja Da wird ihn nicht verrecken lassen So, links oder rechts, links oder rechts Da gehts runter Das nehm ich immer natürlich wieder mit Also für'n Swanny Leute, auf jeden Fall Lohnt sich, denk ich Für'n Swanny lohnt sich das auf jeden Fall Ich brauche nicht drauf, der kleine Wichser Okay, die Waffe ist scheiße, Mann Ich bin der schlechteste Schütze aller Zeiten, Mann Ich bin der schlechteste Schütze aller Zeiten wieder Mein Gott, ey Kann man klar auf dein Leben, ey Ruhig bleiben jetzt Sie sind in Schwierigkeiten Ich muss irgendwie zu Ihnen kommen Echt ja, was ist denn Was war das, Alter? Was war das? Was war das? Gib mal links lang jetzt Stop! In the name of love La 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 Oh, fuck, Mann Hier schön die Granaten Oh, fuck, 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 fuck Die haben aber auch Granaten Hey, ohne Witz Das Waffenwechseln dauert so ewig Wenn man das von Call of Duty gewohnt ist Dass man während des Nachlands noch die Waffe wechseln kann Falls jemand kommt oder sowas Das ist krass ungewohnt immer wieder ÄHÄH?! Wie kann man da überhaupt vorbei ballern? Wie kann man da überhaupt vorbeiballern? Oh mein Gott Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Was ist denn los hier? Ficken, fuck, fickity fuck, fuck, Mac. Sie sind in Schwierigkeiten. Ich muss irgendwie zu Ihnen kommen. Sie sind in Schwierigkeiten. Ich muss irgendwie zu Ihnen kommen. Boah, ne. Links war echt übel. Links war echt übel. Okay. Alter, alter. Was ist denn los hier plötzlich? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ach, du kacke, ey. Okay, okay, alles klar. Yes, perfekt. Alles klar, Kessler? Annette ist fort. Sie wollte ihre Freundin suchen. Stur wie ein Maultier, das Kind. So. Ich nehme diese Flugblätter und werfe sie über der Hauptstadt ab. Wie meine Frau es tat. Ich könnte genauso ins Meer pinkeln. Aber jeder Tropfen zieht seine Kreise im Wasser. Richtig? Wer nichts tut, weil er meint, dass er nichts ausrichten kann, könnte ebenso gut Ameise sein. Und wenn ich sterbe, weiß ich, dass ich es verdient habe, sie wiederzusehen. Ich komme mit. Nein. Ich gehe besser alleine. Sie kümmern sich um Helga. Aber zuerst helfen sie mir, die Tür freizulegen. Die Nacht des Feueres rückt näher. Die hier? Ah, die hier. Voll trauerige Musik. Die hier war im Bootshaus. Nehmen Sie sie, mein Freund. Ich komme schon klar. Man, Respekt to the man. Aber die Rot-Find ist scheiße, so wie es ist. Sondermeldung. Wolfbruch wird evakuiert. Die blöde. Hört mir leid, dein Alter. So hätte es nicht enden sollen. War das die? War das die? Ja, tatsächlich. Ey, ich sage ja, jeder, der mit ihm rumhängt, stirbt. Deswegen ist der alte Mann jetzt auf eigene Faust losgezogen. Ich will die andere Schrot flippen wieder. Da ist sie doch. Die ist deutlich, deutlich besser. Ey, darf ich damit fahren jetzt? Darf ich? Das wäre ja krass. Wie in einem Knast-Trakt. Bei, äh, dem New Order. Kapitel 7, Kapitel 7. Ja, ist geil. Ja, kann mir mal jemand sagen, wie ich den wegkriege? Zieh dich wieder. Bam, ja. Ohohoho. Suck. Nee, das ist auch nicht. Auch nicht. Wie kriege ich das denn runter? Muss ich hier irgendwas aktivieren? Ah, vielleicht ballern. Vielleicht ballern einfach. So. Ein paar Präzisionsschüsse. Moment. Ich wechsle mal das mit das hier. Kann ich das wechseln? Ja, kann ich. Okay. Hammergeil, ey. Hammergeil. Nein, bitte nicht. Boom. Ja. Mich hat einer in den Kommentaren gefragt, warum ich die, warum ich die Explosion nicht so geil finde. Weil ich sie einfach nicht so geil finde. Irgendwie sehen die ein bisschen schwach aus. Also wünsche ich mir ein bisschen mehr Michael Bay-Krach-Boom-Action. Ey, weg von mir. Weg von mir. Manche sehen schon ganz geil aus. Manche eher nicht so. Wenn du jetzt das hier einzeln abballerst, dann glaube ich nicht so geil. Seht ihr das? Das meine ich halt. Das ist jetzt nichts Schlimmes oder sowas. Absolut nicht. Weil das macht ja das Spiel 0 zu 0% aus fast. Vielleicht 0,1. Aber, ja. Muss ich etwa aussteigen? Hey, hör auf mit der Scheiße, hör auf mit der Scheiße, Mann. Schnell, 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 schnell. Das ist geil, Mann. Das ist geil, Mann. Leute, ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Ja, komm. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ihr kriegt auf jeden Fall definitiv genug Videos. Dann kann man hier einfach mal einen Cut machen. Beim nächsten Mal machen wir den, glaube ich, nach 12 Minuten minus 7. Rechnet es euch aus. Also nach 5 Minuten. Genau, ähm, ja. Fehlt ein bisschen mir auf diesem Gerät, fehlt mir ein bisschen ein richtig dickes MG oder sowas. Das wäre nochmal richtig geil, wenn du so ein Ding steuern würdest wie ein Matrix. Boah, das wird Bock machen, glaube ich. Gut, Leute, wir sehen dann beim nächsten Mal weiter, wie es weitergeht. Ich glaube, es ist das letzte Kapitel, also soweit haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich meine, ich glaube, es geht so 4 Stunden, 4, 4,5 Stunden oder sowas. Da sind wir ja fast schon durch, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Ansonsten danke erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017